Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich befinde mich gerade mitten im balidesischen Reisfeld, was einfach nur traumhaft ist und habe euch heute eine neue Yoga-Morgen-Routine mitgebracht. Diese Sequenz ist so ein bisschen meine persönliche Bali-Morgen-Routine, die mich hier fast täglich begleitet und eine Interpretation vom Sonnengruß B ist, den ihr vielleicht schon von meinem Kanal kennt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir noch ein paar stehende Haltungen ergänzen, ein paar Krieger-Variationen und das Ganze mit einem schönen Herzöffner abrunden, der euch öffnet, der euch bereit macht für den Tag, der euch bevorsteht. Wir fließen recht zügig durch die einzelnen Übungen. Es ist also ein richtiger Vinyasa-Flow, wo wir den Atem mit der Bewegung verbinden. Ich persönlich mag es am Morgen sehr gerne, dass es wach macht, dass Energie auflädt. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr umso öfter diese Sequenz macht, umso vertrauter werdet ihr mit der Abfolge und umso mehr könnt ihr euch wirklich voll und ganz auf die Übungen einlassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf die Mathe, los geht's! Komm an den Anfang deiner Yogamatte. Die Füße stehen hüftbreit, innen Kanten parallel. Verwurzel dich über deine Füße satt in den Boden und finde daraus Länge, indem du deine Wirbelsäule aufrichtest und deine Scheitelkrone Richtung Himmel schiebst. Deine Schultern sind entspannt. Deine Gesichtszüge sind ganz weich. Atme tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund aus. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seiten nach oben, nimm neue Energie auf. Mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz, Energie zentrieren. Achtung! Einatmen, Arme über die Seiten heben, rechte Hand greift linkes Handgelenk, ausatmen, zieh dich rüber zur rechten Seite. Ein, komm zurück zur Mitte, Hände lösen, aus, zieh rüber nach links, linke Hand greift rechtes Handgelenk. Ein, Mitte, Griff lösen, aus, mit leicht gebeugten Beinen und geradem Rücken, tauch ab in deine ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Fingerspitzen ziehen Richtung Boden. Ausatmen, ganze Vorbeuge, lass den Oberkörper schwer hängen, Beine mehr strecken. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und ausatmen, Hände vors Herz. Noch einmal so, verbinde dich mit dem Rhythmus deines Atems. Einatmen, Arme heben, rechte Hand greift linkes Handgelenk, ausatmen, zieh rüber nach rechts, erde den linken Fuß mehr in den Boden. Ein, Center, aus, zieh rüber nach links, schieb den rechten Fuß mehr in den Boden. Ein, Mitte, aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, mach den Rücken ganz lang, aus, ganze Vorbeuge, Kopf hängen lassen. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und aus, Hände vors Herz, Tadasana. Weiter geht's. Ein, Beine beugen, Arme heben für den Stuhl, aus, ganze Vorbeuge, tauch ab. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, tritt mit links zurück, schiefe Ebene. Einatmen, halten, Bauch fest. Aus, senk über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng. Ein, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper, kleine Kobra. Aus, leg mit Länge ab, Stirn zum Boden. Ein, schieb dich zurück Richtung Fersen, stirb die Füße um. Aus, streck die Beine, herabschauender Hund. Wir bleiben im Fluss. Ein, rechtes Bein heben. Aus, Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, rechtes Bein strecken, dreibeiniger Hund. Aus, Knie zum rechten Oberarm, aktivier dein Zentrum. Ein, Bein lang nach hinten raus. Aus, rechtes Knie zum linken Oberarm, richtig hochziehen. Ein, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Und aus, rechten Fuß vorne, zwischen die Hände aufstellen. Einatmen, richte dich auf, Krieger 1. Ausatmen, Krieger 2. Ein, rechte Hand zieht nach vorn, Handfeiche zeigt Richtung Himmel. Aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior, rechtes Bein bleibt tief gebeugt. Einatmen, komm zurück, Krieger 2. Ausatmen, gestreckter Winkel, rechten Oberarm auf rechten Oberschenkel, linker Arm zieht lang nach vorne, über den Kopf. Ein, richte dich auf, rechtes Bein strecken, Arme parallel zum Boden. Aus, zieh nach vorn und klapp nach unten für dein Dreieck, Trikonasana. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, linker Arm zieht nach oben, rechtes Bein beugen, Krieger 2. Ausatmen, kurbel dich windmühlenartig nach unten und trete in dein dreibeinigen Hund, rechtes Bein in der Luft. Ein, roll nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene. Aus, senk ab, Chaturanga. Ein, aufschauender Hund, Schultern zurück. Aus, herabschauender Hund. Weiter geht's. Ein, linkes Bein heben. Aus, linkes Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Aus, Knie zum linken Oberarm, mach den Bauch fest. Ein, Bein lang nach hinten raus. Aus, aus, linkes Knie zum rechten Oberarm, noch höher. Ein, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Und aus, linken Fuß nach vorne, zwischen die Hände aufstellen. Einatmen, richte dich auf, Krieger 1. Ausatmen, Krieger 2. Ein, linke Hand zieht nach vorn, Handfläche zeigt nach oben. Aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior. Linkes Bein bleibt tief gebeugt. Einatmen, kommt zurück, Krieger 2. Aus, gestreckter Winkel, linken Oberarm auf linken Oberschenkel, rechter Arm zieht lang nach vorn, über den Kopf. Ein, richte dich auf, linkes Bein strecken, Arme parallel zum Boden. Aus, zieh nach vorn und klapp nach unten für dein Dreieck, Trikonasana. Tief einatmen. Und ausatmen. Mit der Einatmung zieht der rechte Arm nach oben, linkes Bein beugen, Krieger 2. Ausatmen, kurbel dich windmühlenartig nach unten und trete in dein dreibeinigen Hund, linkes Bein in der Luft. Einrollen nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab, Chaturanga Dandasana. Ein, aufschauender Hund, öffne dich. Aus, herabschauender Hund. Wunderbar. Drei Atemzüge hier. Tief einatmen. Und ausatmen. Eins, tief einatmen. Und ausatmen. Zwei, einatmen. Und ausatmen. Drei. Sehr gut. Einatmen hier, Beine beugen, Blick nach vorn zwischen die Hände und ausatmen, lauf oder spring an den Anfang deiner Matte. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, Ganze. Ein, Beine beugen, Arme heben, Stuhl, Utkatasana. Aus, Beine strecken, Hände vors Herz, Tadasana. Noch eine Runde so, mit kleiner Überraschung am Ende. Bleib aufmerksam. Einatmen, beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl. Aus, ganze Vorbeuge. Ein, halbe. Aus, tritt mit rechts zurück, schiefe Ebene. Ein, hier halten, Bauch fest. Aus, senk über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng. Ein, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper, kleine Cobra. Aus, leg mit Länge ab, Stirn zum Boden. Ein, schieb dich zurück Richtung Fersen, stirb die Füße um. Und aus, streck die Beine, herabschauender Hund. Let it flow. Einatmen, rechtes Bein heben. Aus, rechtes Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, Bein strecken. Aus, Knie zum rechten Oberarm, Zentrum aktiv. Ein, Bein lang nach hinten raus. Aus, rechtes Knie zum linken Oberarm hoch. Ein, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Aus, rechten Fuß vorne zwischen die Hände aufstellen. Einatmen, richte dich auf, Virabhadrasana 1. Ausatmen, Virabhadrasana 2. Ein, rechte Hand zieht nach vorn. Aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior. Genieß den Stretch. Einatmen, komm zurück, Krieger 2. Ausatmen, gestreckter Winkel, rechten Oberarm auf rechten Oberschenkel, linker Arm zieht nach vorn. Ein, richte dich auf, rechtes Bein strecken, Arm parallel zum Boden. Aus, zieh nach vorn und klapp nach unten für Trikonasana. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, linker Arm zieht nach oben, rechtes Bein beugen, Krieger 2. Ausatmen, kuppel dich windmühlenartig nach unten und trete in deinen dreibahnigen Hund, rechtes Bein in der Luft. Achtung, einatmen, roll nach vorn, dreibeinige schiefe Ebene. Ausatmen, seitliegestütz links, roll auf die linke Seite, rechten Arm heben, rechtes Bein beugen und den rechten Fuß über der linken Wade schweben lassen. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, rechten Fuß hinter dir aufstellen, Becken und Arm absenken und ausatmen, den rechten Arm über vorne entlang öffnen, Becken und Herz heben für diese Variante von Wild Thing. Tief einatmen hier und mit der Ausatmung finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Wir fließen durchs Vinyasa. Ein, roll nach vorn, schiefe Ebene. Aus, senk ab, halb oder ganz. Ein, aufschauender Hund oder Cobra. Aus, herabschauender Hund. Puh, ein Zwischenatemzug hier. Tief ein und mit einem Seufster wieder aus, weil es so schön war, gleich noch einmal. Tief ein und auf, aus. Sehr gut. Letzte Runde. Einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, linkes Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, Bein strecken, aus, Knie zum linken Oberarm, bleib stark. Ein, Bein lang nach hinten raus, aus, linkes Knie zum rechten Oberarm. Ein, Bein strecken, dreibeiniger Hund. Aus, linken Fuß vorne zwischen die Hände aufstellen. Ein, richte dich auf, Krieger 1. Aus, Krieger 2, setz dich tief. Ein, linke Hand zieht nach vorn. Aus, lehn dich zurück, ganz leidenschaftlich in den Reverse Warrior. Ein, richte dich auf, Krieger 2. Aus, gestreckter Winkel, Utita Pasvakonasana, rechter Arm zieht lang nach vorn, über den Kopf. Ein, richte dich auf, linkes Bein strecken, Arme parallel zum Boden. Aus, zieh nach vorn und klapp nach unten in Trikonasana. Atme tief ein und aus. Einatmen, rechter Arm zieht nach oben, linkes Bein beugen, Krieger 2. Ausatmen, kurbel dich nach unten und trete in deinen dreibeinigen Hund, linkes Bein in der Luft. Achtung, einatmen, roll nach vorn, dreibeinige, schiefe Ebene. Ausatmen, seitliegestütze rechts, roll auf die rechte Seite, linken Arm heben, linker Fuß schwebt über der rechten Wade. Tief einatmen und ausatmen. Einatmen, linken Fuß hinter dir aufstellen, Becken und Arm absenken und ausatmen, den linken Arm über vorne entlang öffnen, Becken und Herz heben für Wild Thing, deine Rockstar Pose. Einatmen hier und ausatmen, finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Wir fließen durch unser allerletztes Vinyasa im Zeitlupentempo. Also trau dich langsam und umso kraftvoller zu sein. Einatmen, roll nach vorn, wie eine Welle, schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab, halb oder ganz, bauchfest. Ein aufschauender Hund oder Kobra, öffne dich, empfang. Ausatmen, in den herabschauenden Hund. Atme tief ein und lösend aus. Einatmen hier und mit der Ausatmung bring die Knie zum Boden und komm in die Haltung des Kindes. Gibt dein gesamtes Gewicht an den Boden ab. Die Arme zeigen nach hinten, die Finger sind entspannt. Spür nach. Spür dein Atem fließen, dein Herz schlagen. Wie fühlst du dich jetzt nach diesen kraftvollen und wunderschönen 15 Minuten auf deiner Yogamatte? Und welche Qualität kannst du vielleicht mitnehmen in deinen Tag? Ist es mehr Leichtigkeit? Freude? Konzentration? Kraft? Willensstärke? Entspannung? Oder vielleicht einfach nur ein bewussterer Atem? Nimm dir, was du heute brauchst. Und dann rolle allmählich wieder auf. Komm in den Fersensitz. Heb deine Arme nochmal ganz kraftvoll und raumgreifend über die Seiten nach oben. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Namaste. Vielen Dank, dass du dabei warst. und bis zum nächsten Mal auf der Yogamatte. Mach's gut. Deine Medi. 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 Deine Medi.